Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine ganz neue Herausforderung und zwar besuche das Erlebnis Easy Live 10 Mal. Dann kriegt ihr so ein Musikpaket und ja, ihr müsst dafür auf jeden Fall ändern drücken und dann gibt es einen extra Modus dafür. Hier, Easy Live at New Life, erlebe die Show. Ja, wir gehen, würde ich einfach mal sagen, direkt rein und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich Leute. Ich bin einfach in einer Runde und dann, ihr müsst da einfach halt einfach nur rumsitzen, einfach kurz die Show genießen und dann wird es einfach bei euch dann angezeigt. Also, wenn ihr die Show abgeschlossen habt, wird dann von alleine angezeigt, dann oben. Einfach nur die Modus spielen, einfach mal hier kurz chillen. Hier, einfach nur sich einfach nur hinsetzen. Ja, ich verlasse mal Leute. Verlasse mal das Spiel und ich gucke, ob wir das Musikpaket bekommen haben. Ich werde es mal gucken, ich weiß nicht. Ah, ich habe es doch gesagt, Leute. Wir waren drinnen und haben einfach die Show genossen und guckt euch das mal an. Wir suchen das Erlebnis Easy Live at O2. 8 von 10, es war 0 von 10. Nein, ich werde nochmal da reingehen, einfach mal kurz chillen, bis wir die Hauser abgeschlossen haben und schüttere Sachen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich Leute. Wir müssen, wie gesagt, abwarten. Wir müssen wieder hier sitzen, bis die Hauser abgeschlossen ist. Ich muss, wie gesagt, abwarten. Wir sind vorhin rausgegangen, wir waren die ganze Zeit hier. Es war 0 von 10, jetzt haben wir 8 von 10 und es sollte gleich 10 von 10 sein, genau wo ich davon gesprochen habe. Ihr seht es, wir haben oben die Hauser abgeschlossen. Ich werde mal zur Lobby gehen und wir checken das mal aus. Ich werde die Musik nicht reinmachen. Äh, ja. Ich zeige euch nur, dass ich es abgeschlossen habe. Hier. Zack, einfordern. Äh, ja. Wir haben die Hauser abgeschlossen. Ich kann euch das mal zeigen. Hier. Es ist hier nirgends mehr zu sehen. Wir haben die Hauser abgeschlossen. Ich zeige es euch mal. Es ist hier. Es ist hier, Leute. Und ja, ich hoffe, dass ihr da euch geholfen, gefallen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gelockt, die ich das kenne, wie ihr es mal verpasst. Und ich würde sagen, das war es schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.